Diese Frau hat 16 Millionen Follower. So wurde sie zum Meme und, ja, hat damit ihre Marke dann weiter aufgebaut. Danielle Bregoli wurde 2016 im Alter von 13 Jahren berühmt. Gemeinsam mit ihrer Mutter besuchte sie die Fernsehsendung Dr. Phil. Die Mutter hat ihrem Teenager Drogenkonsum und Autodiebstahl vorgeworfen. Mit dieser Aussage hier wurde sie dann quasi über Nacht berühmt. Sie startete sofort eine Rap-Karriere als Bad Barbie, machte sie unter anderem auch Features mit Lil Baby, Lil Yadi und Kodak Black. Mit 18 hat sie denn ihre Unternehmungen, sagen wir mal, weiter diversifiziert. Nach nicht mal mehr 6 Stunden hat sie auf der neuen Plattform die magische Umsatzgrenze von einer Million Dollar geschah. Heute behauptet sie, dass sie immer noch damit 53 Millionen US-Dollar im Jahr verdient. Schon krass.